Gefunden Sauger, anstatt dass man Pömpel sagt, wie jeder andere normale Mensch. Äh, Tim, du sagst Pömpel dazu, wie wir hin da bezogen drauf. Was fehlte hier eigentlich? Kontrollvorrichtung der Fotowand. Hier komme ich auch nur mit einem Sauger weiter. Ist ja toll. Das heißt, wir sind schon mal wieder stuck. Nee, hier waren wir gerade. Hier kann ich auch nichts machen. Ohne den richtigen Schlüssel geht es nicht, aber wir können das Emblem auf jeden Fall... Ach, das ist der Schlüssel, oder was? Sesse die Skapelle zusammen, indem du... Indem du die Klingen den richtigen Griffen zuordnest. Klicke auf zwei Klingen, um sie zu vertauschen. Klicke auf die Pfeile in der Mitte, um deine Lösung zu überprüfen. Geht nicht, kann es nicht lösen. Okay, also das Alte scheint das zu sein, ne? Ja, das... Ah, nee! Das ist nämlich nicht richtig. Okay, das scheint schon mal zu stimmen. Okay. Oh Gott. Das kann sich nur um Stunden handeln. Irgendwie scheint hier nichts zu stimmen. Achso, hier gibt es auch ne... Mist. Nein! Ich hab's verkackt. Welches war das Richtige? Ich hab jetzt hier, glaube ich, irgendwas gerade ganz dolle verbockt. War's das? Ja. Oh Gott. Was ist denn? Ich brauch was Kleines, Fettes. Kann doch nur das sein eigentlich. Nein, offensichtlich nicht. Okay, dann brauch, äh... Was so leicht geboren ist. Vielleicht das? Ja! Okay, das mit den... Riffeln, das kommt an... An das mit der... Das hier. Auch wenn's farblich nicht übereinstimmt. Ist egal. So, das Komische kommt an das Kurze. Äh... Also das kommt da dran. Ja. Okay, das Abgestufte. Ach, haben wir schon. Okay, dann haben wir noch das mit den Riffeln. Das kommt das, was so ein bisschen... Ja, hier so. Und das müsste dann da hin. Und dann müssten die bloß noch getauscht werden und dann... Machen wir alles kaputt? Natürlich. Gefunden scharfes Messer. Damit können wir doch hier drüben bestimmt... Gefunden Kontrollschalter. Damit können wir doch hier drüben bestimmt... Na komm. Hallo. Äh... Ich kann nichts mehr drüben. Äh... Ach, hier finden wir die verkackte Schablone. Das müssen zwei Brüder gewesen sein. Also wie aus dem Bilderbuch. Tatsächlich. Nein. Da. So. Schablone. Gefunden. Lösung. Ich habe ingame die Lösung gefunden. Zu allen Problemen. Nein, hier waren wir fertig. Okay. Die Lösung wofür eigentlich? Was ist das jetzt? Wo kommt das auf einmal her? Das ist echt ätzend. Okay. Nein, ist okay. Hier brauche ich auf jeden Fall schon mal nichts. Das ist auch kein Y. Kein Y. Aber ein Bienchen. Ach, das war eine Wespe. Bäh. Wespe. Okay, du siehst komisch aus. Ein... Ein... Ist das ein Hamster? Was ist denn das? Ach, das sind so Momente, in denen man sich auch wünscht, ein Kleintier zu haben. Oh, schon wieder mal den Mauszeiger zerstört. Leider müssen wir aufhören zu spielen. Der Mauszeiger ist kaputt. Ich muss hier irgendwie was auslösen. Hallo. Ja, genau. Batterien? Wo kommen die rein? Da rein. Lampe? Licht. Es macht alles Sinn. Es macht alles Sinn in diesem Spiel. Ich habe es ja auch nie in Frage gestellt, ne? Wie käme ich wohl nur da drauf? So, Delfin. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen hier irgendwo. Wo ist er denn? Delfin? Nein, das ist ein Seehund oder sowas in der Richtung. Zack. Der Pfeil muss durchs Herz durch. Hallo? Pfeil durchs Herz. Ach, brauche ich erst noch den Bogen oder was? Ach, hier. Natürlich. So. Ein Krönchen noch zur Krönung. Daher kommt der Gebrich vermutlich auch. Das war ein sehr guter, schön gemachter Schatten da. Na, wo seid ihr denn, ihr Lieben? Ihr Lieben, Gegenstände, die mir noch fehlen. Ich habe doch den Delfin hier schon irgendwo gesehen. Das ist natürlich der Delfin, den ich hier schon irgendwo gesehen habe, der letzte Gegenstand auf der Liste, der noch fehlt. Macht natürlich wie immer Sinn. Ist der schon wieder feucht, der Popschutz? Ja. Der Popschutz ist feucht untenrum. Ah. Wo ist denn der Delfin? Jetzt sag es mir mal einer ganz kurz, bitte. Danke. Wo ist der denn? Da bin ich jetzt aber ganz drauf. Hier fliegen. Wir können hier nur so viele Sachen rumfliegen. Das gibt es gar nicht. Also nicht in dem Bild hier, sondern hier im Real Life. Real Life. So. Okay. Da war ein schöner Musikübergang drin gerade. Da war das OGG vermutlich gerade zu Ende. Äh. Komm. Ich wusste ja. Ich habe ihn schon gesehen. Sehr gut. Gefunden. Pfeife. Ich sitze doch hier. Ja. Ah. Ja. Das. Äh. Dafür brauchten wir den Hund. Das. Alleine ging es nicht. Also. Auf gar keinen Fall. Nee. Nee. Ja. Klar. Im Wasser wimmelt es nur so vor Algen. Ich brauche einen chemischen Reiniger. Alter. Was ist falsch mit dir? Ja. Den Reiniger. Den können wir herstellen. Und hier haben wir die Lösung. Äh. Ohne die Lösung und die fehlende Kachel kann ich hier nichts tun. Äh. Nein. Da war es gerade. Ja. Das. Herz ist schon richtig. Und hier unten bitte die Krone. In blau. Ha. Was ist hier? Das Laken ist zerrissen. Es sollte geflickt werden. Mit einem scharfen Messer. Hallo. Meine Ermittlungen führten mich in das Zimmer des Hausmädchens Maria. Vielleicht finde ich hier Beweise gegen die drei verdächtigen Söhne. Gewiss. Gewiss. Ein heißes Bügeleisen. Vielleicht kann ich damit etwas trocknen. Das heiße Bügeleisen steht bestimmt schon 5000 Stunden hier. Ich kann es alles nicht mehr nachvollziehen. Ohne die Schützen kann ich die Schreppschiffen. Nähen ist nicht wirklich mein Ding. Ich brauche einen Fingerhut, um Nadel und Faden zu erhalten. Ist klar. Ein Teil des Griffes fehlt. Was willst du von mir? Ich kenne die Kombination. Wo soll ich jetzt weitermachen bitte? Jetzt bin ich hier in diesem Zimmer drin und kann hier aber einfach gar nichts machen. Äh. Sie hat total gelohnt jetzt hier. Wo bin ich denn jetzt? Huch, die Taube hat nicht gerade beste Neun. Kein Wunder, sie hat ihre Küken verloren. Die Taube in dem Kehlig hält mich davon ab, den Weg zum Taubenschlag zu öffnen. Ich glaube, sie möchte ihre Küken wieder haben. Weißt du, was ich alles will? Blödes Bockvieh. Ach so. Hier können wir zu... Ach so. Ich dachte, wir kommen von hier. Okay. Na? Die Küken sind hungrig. Wie wäre es, wenn wir mit einem scharfen Messer... Nein. Ja, jetzt brauche ich... Sehr gut. Gefunden. Schaufel. Die Küken sind hungrig. Was soll ich jetzt mit der Schaufel? Batsch. Was soll ich denn jetzt mit einer Schaufel anfangen? Keiner soll ja wohl kaum hier irgendwo graben, oder? Ich dachte, wir kommen hier weiter, Mensch. Nein, auch das bringt uns, glaube ich, hier nicht weiter. Äh, ja. Was soll ich denn jetzt mit einer Schaufel? Ach so. Hehehe. Äh. Das hatte ich jetzt kurz vergessen. Boing. Gefunden Sauger. Anstand, dass man Pömpel sagt. Wie jeder andere normale Mensch. Äh, Tim, du sagst Pömpel dazu, wie wir hinbezugen drauf. So. Und dann haben wir einen 1A-Magneten, wo ich nicht weiß, was wir mit dem machen sollen. Können wir das kombinieren? Nein. Okay. Hier waren wir aber dann eigentlich soweit fertig, ne? Krass. Ich habe zwar jetzt einen Magneten, aber immer noch keine Batterie. Hatten wir hier noch irgendwas offen? Nein, oder? Oha. Was können wir denn hier... Im Futter des Kittels versteckt sich etwas Metallnis ein... Prima. Das habe ich einfach mal gar nicht gesehen. Aha. Eine Batterie. Ich stelle keine Fragen mehr. Ich glaube, das ist gesünder für mich. Stelle Wasserreiniger her. Klicke, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen und die Ventile entsprechend der Einweisung auf- und zuzudrehen. Okay, also erstmal Streichholz anzünden. Und dann legst du es von alleine da drauf. Gut, okay. So, die Batterie muss dann vermutlich da hin. Äh. Hä? Ähm. Ähm. Das? Nein. Das? Nein. Das? Das? Äh, das vielleicht. Zu-auf. Ich kann das aber nicht aufmachen. Ich kann hier ehrlicherweise gerade gar nichts tun. Ich kann hier und da leuchten. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020